Hier mal wieder das Clipping. Ja, nochmal. Und hier wieder das... Clipping! Clipping! Hallo. Und hier wieder zum... Nee, hallo. Und hier wieder zum Clipping ist komisch. Hallo. Hallo! Ich komm von unten mit der Schraube. Okay. Sieht man mich? Immer noch? Ja. Wie... Ich muss hier runtergehen, dass man... Hui! Das wäre aber verbotene Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche vom Clipping. Nee, zu einer neuen... Ach, kack, das fängt ja schon gut an. Ah, das ist eigentlich nicht so schwer. Scheiße. In den... In der nächsten Woche... In der nächsten Woche. In der nächsten Woche buhlen bei verbotenen Liebe alle um Aufmerksamkeit. Einige haben sie, andere erzwingen sie und wieder andere... Ich denke, du musst lachen. Entschuldigung. In der nächsten Woche buhlen bei verbotenen Liebe alle um Aufmerksamkeit. Ich habe es dann so... Ich habe es dann so... Brrrr. 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 Entschuldigung, ich musste kurz nachdenken. Ja, ich habe es gemerkt. So, komm... Brrrr. Okay, den machen wir nochmal, oder? Ja, da war noch was. Ja, da war noch was. Ich dachte, jetzt sagst du doch Danke. Ahhhh... Bleibt noch. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Äh... Tanja kommt aus Dubai zurück. Jetzt wird so... Brrrr. Thomas den Schock immer noch nicht verkraftet. Über den Tod seiner Frau suchte nach einer Schuldigen und trifft dabei. Was denn? Wann du noch gut die Kurve erkriegst? Mann. Ki. Was los ist? Na ja, schaltet doch einfach ein, dann... 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 Jetzt aber volle Aufmerksamkeit. Es... Ja, dann mach den Ausschnitt ein bisschen klein. So. Ne. Ne, ne, ne. Haha. Äh... Ne. Goethe. Ein österreichischer Komponist. Äh... Ne. Nochmal. Mach nochmal. Ich mach einfach nochmal. Okay. Das hat mich selbst verwirrt. Ja, bist du so weit? Ne. Ihr seht, es wird nicht langweilig für euch. Lügen, lange Nasen und lange Geschichten. Was das neue Dream Team Sebastian und Ansgar so ein Schilder führt, das will wohl nicht nur ich wissen. Will wohl das Scheiße. Komm nochmal. Nicht wahr, Marlene? Das war auch Scheiße. Geht's denn noch weiter? Verdammt. Ach, verdammt. Natürlich. Was ich noch sagen wollte. Scheiße. Das ist jetzt das erste Punkt. Ach Gott, ist das peinlich. Ast rein! Ist das dein Text? Ja. Ist das dein Text? Genau! Ja. Ich versuch Those ein. Ich versuch's. Ja. Tschüss. I'll be repair.